Genau, kehren zur Hauer zurück. Wie schön. Das haben wir. Na, traust du dich? Aufstieg, Freunde. Aufstieg. So. Aufstieg. Was wollen wir machen? Du kannst länger wütend bleiben und du bist im Kampf effizienter. Wir nehmen das. Ist gut. So, ich hab mir jetzt noch eine schöne Quest rausgesucht und zwar den Bruder von Kwan suchen. Ich würde mal sagen, der Weg ist echt weit und wir sind gleich da. So, okay. Wir sind in der Nähe und wir sind an dem Haus, wo Familie Kwan oder wo die Familie von Kwan wohnt. Mal schauen, ob der Bruder da ist. Okay, gut. Hier können wir uns durchbrechen. Ich weiß tatsächlich, ich würde kurz sagen, ich weiß jetzt gar nicht, ob jetzt hier menschliche Gegner oder Zombies auf uns warten, aber Frage beantwortet. Wahrscheinlich beides. So, vor Freude Wasser laufen lassen. Erstmal abwaschen. Erstmal ein bisschen. Entspannen hier, ne? Ich glaube, hier sind welche drin. Hallo, was ist denn los? Bist du der Bruder von Kwan? Ich suche Kwan's Bruder. Hat ihn jemand gesehen? Telefon auf Scheißhaus. Ist er auch. Oh, oh, sauber. Ihr wagt Textur, Freunde. Ihr wagt Textur, frag ich. Sag ich. Denk ich. Meinig. Ihr seid hier? Ihr seid hier der, der... Club der Toten? Naja. Ich weiß. So, Ausweis. Markenschampagner. Schön. Mann, Alter. Hier ist ja wirklich jede Tür zugeschlossen. Show! Ich kann sie draußen hören. Was ist mit ihnen? Ja, ich weiß. So, Alter. Der Bruder schickt mich. Kwan ist noch live? Ja. Oh mein Gott. Ich dachte sicher, er ist tot. Ja, äh. Ja, nisch ihn. Äh, muss ich jetzt auf dich aufpassen? Oh, nicht dein Ernst, Alter. Nicht dein Ernst. Oh, Nanua flink, Alter. Warte mal schnell gucken. Gucken, gucken, gucken. Haben wir alles? Haben wir alles? Brauchen wir alles? Okay. Oh, nein, Alter. Ich muss ihn doch jetzt nicht eskortieren, oder wie? Let's move. Let's move. Spinnst du? Let's move. Oh Gott. Also, Escort-Missionen sind ja nicht so mein großer Favor, ja. Mein Favorit. Entschuldige bitte, wenn ich hier rumstamme. War schon ein langer Tag. So, ich muss ihn doch nicht mehr machen. So, alle beiseite, alle beiseite. Silence. Let's keep going. So, der Bruder von Hobart, die Spiegel ist auf meinen Gang. So, weiter geht. So, na, Cam. Los. Let's go. So, er will wahrscheinlich zum verlassenen Haus, ne? You see her? Hey, Alter. Warte, geh mal kurz durch. Musst du mal kurz... Ey. Ist ja wohl nicht wahr, oder wat? Schon cool. Ist schon cool, die Waffe. Mir fällt mir sehr gut. Mir fällt mir sehr gut. So, okay. Ich nehme mal durchgeschnitzelt. So, und hier haben wir noch eine Frucht. Quatscht der die ganze... We need to stay together, und dann bleibt er zurück? Was ist das, so eine Flachpfefe? Ah, du bist mal ein großer Gefehl, ja. We need to stay together. Die Ticket, Jack. Ja, wat denn? Den Dickner vorne? Der kann doch nischt. Ja, wie geht's das? Ja, tatsächlich sind halt Pistolen und alle weitere extrem, ja, sag mal vorsichtig, inoffektiv. So, schnell weg. Nein, nein. Lass mich. Popf ab, mein Freund. So, die Piefkiss hier auch noch. Oh, nicht gut. Die sind alle bewahrt, die Tierwarnpenner. Dankeschön. Lass uns gehen. Lass uns gehen. Ach, ja, du kriegst von mir noch, naja, eine Medaille. So, und wir haben auch Gott sei Dank das Lagerhaus auch schon erreicht. So. Wenn die mal reinigen, bin ich ein kleiner. Oh, ein Warteton. Alter, sieht der aus wie ein Asiate? Also, ich weiß nicht. Ich weiß ja nicht. Ich weiß ja nicht. So, ein bisschen Cash. Schönes Ding. So, dann lasse ich euch in Asiate mal alleine. So, okay, dann kriegst du jetzt hier erstmal Alkohol. Wir werden die Pendechen in die fucking Chimichangas verändern. So, dann nimm mal her, die Scheiße. Dankeschön. Okay. Karl. Das ist es. Great. Danke. Wir hoffen, dass wir uns die Hölle rauskommt. Alles klar. Hast du was für mich? Hinfällige große Spaltaxt. Bin so dankbar. Nicht. Das war halt nicht scheiße. So, und damit dürften wir hier auch tatsächlich alle Aufträge erstmal von denen erfüllt haben. Dann gehen wir mal schnell zurück zur Kirche. Und holen uns hier quasi die Belohnung für die Aufträge ab. Jugo. Cash, danke dir. So, für dich haben wir noch ein paar Batterien rein. Das ist alles gut. Du findest nichts mehr. Du kennst, wo ich bin. Just ask for Ryan. Kannst du es lohnen, zu schauen. Und du siehst. So, Howie. Alles klar. Gerne. Gerne doch. Gerne doch. Was hast du? Bauplan Aufprall. Auch interessant. So, Rodriguez. Bei dir verkaufen wir erstmal alles unnötige. So, sehr schön. Alles sinnlos erstmal verkauft. Please hurry. Okay. Sehr gut. Okay, und wir können jetzt als nächstes... Oh, warte mal. Welches Level bin ich denn jetzt eigentlich? Nooo, Alter. Der Tag Messer ist tatsächlich... Ich meine, ich könnte es noch ausbauen. Ich könnte es noch ausbauen. Und ich würde wahrscheinlich auch... Ich würde recht hochkommen. Aber ich bin noch nicht Stufe 22. Aber demnächst. Demnächst. So, armen Bruder. So, okay. Wir müssen... Okay, wir werden jetzt mit Joseph raiden. Raiden? Okay. So, alles klar. I'll see what I can do. Okay. Aber wir probieren es einfach mal. Wir probieren es. So, na dann. Wollen wir mal. Stelle sicher, dass Joseph das Wartungsgebäude der Abwasserwirtschaft erreicht. Okay. Mal schauen, was sich mir alles so entgegenstellt. Gäsch. So, mal gucken. Vielleicht können wir hier noch so ein bisschen mehr mit Wut arbeiten, um uns schneller ein bisschen, ja, die Zombies vom Leib zu halten. Okay. Welcher denn? Geradeaus? Okay. Ich würde sagen, ich lasse jetzt ja nicht so viel Zeit hier mit die Kloppe. Okay. Okay. Gut. Lass mich kurz hier nochmal schnell in die Kiste gucken und den zerbrechlichen Stock mitnehmen. Ja, super. So, unterwegs. Einfach alles weglooten, was da liegt. Snack? Nö. Joseph? So, klar. Alter. Kommt hier angeflogen. Kommt hier angeflogen. Spinne. So, Metzeln. Als wenn es keinen Morgen gibt. So, ich bin da, ich bin da, ich bin da. Einfach, los einfach. Ich denke, es wird es besser sein, wenn wir direkt nach vorne gehen. Wir gehen direkt? Surrender. Oh Mann, alles noch so schön. Köst hier. Komm, wir müssen alle mitnehmen. So, zack. Weiter jetzt. Supermarktbezug. Ich muss sagen, ich stehe auf die neue Waffe. Die ist schon echt geil. Der Herr, sie sind überall. Slamm sie in die Hölle. Slamm sie in die Hölle. Du. So, ich packe. Mir kommt mal kurz her los an. So, hier ist es ja immer noch. Jetzt, oh Scheiß. Wie fandst du das jetzt? Drei auf einen Schlag. Das ist doch mal ein Haus nochmal, Alter. Das ist doch geil. So muss das laufen. So, Mann. Schnecki die Schneck. So, hast du Bock? So, kommst du? Bleib nicht zurück. Ist immer hart, wenn jemand sagt, mach die mal da vorne kaputt. Und dann aber bleibt nicht zurück. Dann willst du eine Welle machen. So, okay. Weiter geht's. Wie weit ist das denn eigentlich weg? Schlimm ist, ihr kannst ja noch nicht mal vorhersagen, wie weit wir laufen müssen. Aber na ja, gut. Das wird schon irgendwie... 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 Naja, wird aber... Was wird's machen, ne? Wird's irgendwie... Hast du noch was Schönes da? Ja, 313. Oh, nö. Das ist mir halt... So, warte mal. Lass mich mal kurz gucken. 400. Nö. Ich möchte nichts. Nein, danke. Weiter geht's. Zerschnitzelt, Alter. Einfach nur zerschnitzelt, die Jungs. Oh, fuck, die ist so geil, die Machete. Sollte ich mich schlecht fühlen, weil ich das gut finde? Wie, wie, wie krass die abbeht? Finde nicht. So, warte mal. Ich werde hier nochmal schnell eine kleine Reparatur machen. Nee. So, repariert. Man weiß ja nie, was noch kommt. Äh, wo ist... Äh, ja, warte, warte. Ich setze dich frei. Ich setze dich frei. Oh, ist mir wurscht. Ist du noch was bei? Nee, ist nichts mehr bei. Ich glaube, Joseph hat auch jetzt schonstab gekriegt. Man hört es aber auch von allen Seiten hier hecheln, ey. So, laufen wir einfach weiter. Ja, wir laufen weiter. Das ist gut. Gute Entscheidung von dir, Joseph. Fert. Der fangt gerade ab. Hat er ihm gerade wirklich gerade ein Messer irgendwie, äh, äh, in den Hals geworfen? Das ist... Krass. Das ist krass. Joseph, alle Jut. Sorry. Ja, er hat wirklich... Alter, er hat das Messer noch am Hals. Gib mal her, das Ding. Zieh mal raus. Das ist voll uncool, Mann. Also ehrlich. Das geht doch nicht, Joseph. Oh. Ah, aua, aua, aua. Lass das... Verfatzt euch. Was willst du denn jetzt hier ohne Arme, Freundchen? Ist doch Quatsch. Übernimm dich doch nicht. So, die Ausdaueranzeige ist echt ziemlich runter immer hier bei mir. Ich glaube, ich sollte tatsächlich relativ schnell mal irgendwann auf den Perk übergehen. Irgendwie, dass ich durch das Töten von, äh, von Zombies halt Ausdauer wieder bekomme. Das wäre, glaube ich, ganz gut. Okay. Ja, man merkt... Okay, also man merkt jetzt, die Zombies sind... Uh, mitgelevelt. Eieiei, eieiei, eiei, 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 eiei. Ich bin fast tot. Das ging so cool. Warte mal, äh, äh, äh. Dankeschön, Medikit. Merko. Merko, geil. So, aber es sieht fast aus, als wären wir ein Pumpenhaus. Okay, wo willst du hin, Joseph? Was ist der Weg? Denk mal, du wirst mich jetzt wahrscheinlich noch irgendein Schläger oder so vorbeiführen, oder? Oh, schön. Ist gut. Cash für 1,9. Sehr cool. Na denn? Lass uns mal in die Abwasserkanäle. Da hab ich ja richtig Bock drauf. Na klar. Das ist doch mal schön, wie er, wenn man mehr Zeit spricht. Let's get to work, then. You have to open the valves, so I can drain the sluices. Otherwise, the sewage level ain't going down. Okay. Alles klar. So, da werden wir mal ein paar Ventile öffnen. So, mal hochgeklettert. So, das wird wahrscheinlich nicht ohne Widerstand funktionieren hier. So, hier ist Valve, Numero Uno. Haben wir. So, was ist mit hier? Kann ich dich hier mal runtertreten? Oh, ich werde nicht runterfallen. Dankeschön. Es sieht einfach zu. Es ist einfach. Ich weiß auch nicht, warum ich so witzig finde. Ich bin auf extremem Niveau los. Ich gebe zu. Aber es amused mich. Ich gehe so weg zum Porten. So, okay. Haben wir. Und damit könnte er jetzt wahrscheinlich den Wasserspiegel ein bisschen senken. Wasser muss fließen. Öffne die Flut-Tore. So, wahrscheinlich da vorne, ne? So, kann ich hier... Naja, wenn wir da mal über die Leiter runterklettern. Fallschaden. Incoming ansonsten. So, okay. Schön, die Machete neben mir knuspert. Oh. So, bitte sei jetzt kein Schläger oder irgend sowas. Wir sind doch kurz wieder vom Level overstieg. Das ist ganz geil. Ich habe auch nicht einmal Wut wieder benutzt. Es ist doch unglaublich. Tschüss. Süßes haben wir die Inder. Hören, selbst mal aber, ja. Selbst mal, das ist nicht so schön. Warte mal, das machen wir mal anders. Na, kommst du? Traust du dich? Ja. Ach, shit. Hat die nicht erreicht? Jetzt hat die mir recht. So. Ja, da ist er. Da ist er. So, was haben wir denn? Ja, sehr schön. Erstmal eine Cola. Das ist gut. Die will ich. Flexibel Schlauch. Können wir nochmal eine kleine Reparatur machen. Auch gut. Sehr gut. Sehr gut. Oh. Schockpistole. Nein, wie geil ist das denn? Ich kann, ich kann. Ach, cool. Ich kann eine Pistole upgraden. So, die fertige Pistole haben wir ausgerüstet, ne? Genau. Für vier. Warte mal, Wert ist. Fünfzig. Dann switche ich die mal kurz ein bisschen hoch. Alter. Plus 113. Das ist ja geil. Das ist ja geil. Jetzt kriegt ihr natürlich richtig Damage noch dazu. Jawohl, Alter. 1256 SPS. Und jetzt hauen wir noch die... Oh, die kann ja nicht, wa? Geht ja nicht. Geht ja nicht. Ja, schade, 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 schade. Schockpistole braucht dafür. Ein Fleischköder braucht dafür. Okay, beim nächsten Mal. Auf jeden Fall haben wir jetzt Damage mäßig ein bisschen nach oben noch uns bewegt mit der Pistole, was ziemlich gut ist. So, was haben wir denn hier? Okay, hier müssen wir gleich ran. Hier haben wir noch einen Ausweis, den nehmen wir mit. Spinnt. Den es zu looten gilt. Und hier sind die Schleusenventile. Ah, viel besser. Lass mich raten. Ja, das dachte ich mir. Was ist das denn? Wasserleiche lässt grüßen. Sieht so schön eklig aus, Alter. Die sehen ja eklig aus. So, die verströmen und schälen so eine Art Gas oder irgendwas in die Richtung. Die Joe ist ja schon unten, wa? So, kann ich jetzt hier irgendwie runterspringen? Kann ich meditieren ein bisschen? Scheiße, das war jetzt gar nicht so geil. Weil hier ist es jetzt auf jeden Fall falsch. Schade. Definitiv. Ach, das ist jetzt okay. Runterklimmern. Oh, wo ist so? Wo ist er? So, du bist Käpt'n ohne Beine. Oh, scheiße. Kann ich immer durch? Ja, kann durch. Okay, warte mal erstmal ein bisschen Distanz hier. Jetzt geht das sonst nicht weiter. Warte mal, wie ist denn der mit Schüssen so? Zubeeindrucken. Naja, wahrscheinlich nicht so, wa? Doch. Oh, war eigentlich doch ja nicht mal so schlecht. Aber, das hat ihn noch mehr beeindruckt. Wo ist er? Da ist er ja. Einfach mal dezent. So, zertreten. Da kam er. Wunderbar. Schön. Hat er noch verliegen lassen? Oh, das ist doch widerlich aus, Alter. Der Astrain, jetzt hat er nicht mehratscht. Los, Ausdauer runter. Und. Kikit. Wunderbar. Energy Drink. Gönnen wir uns. So, wir können. Fähigkeiten. Haben wir denn noch was offen? Ne, haben wir nicht. So, ich glaube, ich würde auf die Ausdauer-Regenerationsrate gehen. Plus 15%. Das würde ich mal jetzt machen. Mike, Mike, bock zu. Wie gesagt, weil wir sind relativ schnell schlapp. Und dem müssen wir ein bisschen entgegenwirken irgendwie. A, wegen Rennen. B, wegen Schlagen und allem drum und dran. Achso, Blockade entfernen. Was ist denn das? Schön, Panzerschlauch rumgewickelt, oder was? So. Hier brauchen wir natürlich auch eine etwas besser funktionierende Taschendampe, weil wenn die platt ist, sitzen wir ja auch ja in schnellem Dunkeln. Okay, wir gucken mal. Okay, ich würde... Also wir müssen da lang. Ich würde trotzdem mal ganz kurz da lang gehen. Vielleicht finden wir hier hinten noch irgendwas Cooles. Okay, ich denke, wir müssen hier nachher nochmal lang. Irgendwie. Wahrscheinlich müssen wir erst zur anderen Seite laufen und dann müssen wir hier nochmal herkommen. Oh, Mann. Oh, je. Okay, da wird sich bestimmt gleich weiterheben. Lohnten schon alles sehr. Okay. Was? Wer geht jetzt nicht die anderen auf? Silenzio, bitte. Ach, scheiße. Dankeschön. Das ist etwas. So, ich könnte tatsächlich probieren, äh... Granate, eh, Granate. Ich wüsste mir ein bisschen schade. Wurde natürlich super passen. Warte mal, haben wir hier nicht irgendwo, äh... Eventuell eine Gasflasche oder irgendwas? Das ist dann natürlich ein Kraffer. Ah, okay. Taschenabbers schwirrt down. So, dann sagen wir nicht jetzt da hinten. Irgendwo. Jetzt sind wir blöd. So, okay. Wir gucken mal hier irgendwo. Kann ich denn da hinten hoch? Ja, das ist eine Leiter. Das ist ja super. Krieg ich da jetzt vielleicht vorher mal hin, wie du musst? Okay, gehen wir mal hier erstmal hoch. Finden wir hier oben was Cooles? Das wäre super. Okay, Steine zum Werfen. Eine Tür. Okay, ein paar Kisten. Am müdener Bo. Am müdener Bo. Das heißt, no. So, Bo. Ah. Schau mal, hier haben wir noch eine schöne... Flasche. So, dann laden wir schnell nach und gucken mal, wie das so abbeht hier. So, ihr Spacken sammelt euch. Oh, die hier fehlt mir. Die Dicken hat es auch sofort weg geledert. Geile Kiste. Schönes Ding. So, komm. Dann nehmen wir die noch. Weil es Spaß macht. Hammer. Okay, sehr, sehr cool. Sehr, sehr cool. Schön. Gut, dann gehen wir mal runter. Hätten jetzt auch mit Steinen schmeißen können, aber das ist so. Wer will schon mit Steinen schmeißen, wenn man Gasflaschen hat? So, okay. Zack. Kann man denn hier euch... Ja, man kann euch looten. Das ist sehr gut. Der hat eine Dicke. Was fallen lassen? Algen. Aha. Gut. Nehm ich. Weiter geht's. 72 Meter. So, kann ich hier mal kurz Hallo sagen? Guten Tag. Okay, und zwar... Manchmal muss man so hektisch hier reagieren. Irgendwie, das ist echt nicht gut. So, okay. Was haben wir hier noch? Ich höre sie doch. Was ist er denn? Steht er in der Mitte? Oder wo ist er? Da ist er. Okay, und die Körnschläger. Ne, das ist tatsächlich... Ach, hey, das ist so... Wasserleiche. Das steht ja aber auch wirklich in einem ziemlich beschissenen Areal gerade. Oh Gott. Oh, ihr jetzt, ey. Leute, warum? Ich muss tatsächlich ein bisschen aufpassen, dass ich jetzt hier nicht die ganze Zeit meine Machete benutze. Weil ansonsten ist sie platt. Das wäre blöd. Ich schrei jetzt hier nicht so rum, wenn die Leute denken. So, man kann hier scheinbar auch mal rumgehen. Okay, also das mit dem Gift tatsächlich geht irgendwie, da nimmt man gar nicht so viel Schaden. Scheinbar auch keinen konstanten Schaden. Das ist ganz gut. Ich meine, da kann man... ...und dann ist ja auch kein Problem. Vielleicht gibt es das hier. Energydrink nehmen wir. Wunderbar. Haben wir. So, weiter geht's. Also so Abwasserkanäle finde ich schon echt unheimlich. So, oh, ein Ausweis. Schön. Tagslicht. Gerade so eine Kombination mit Zombies und so, finde ich schon sehr unangenehm. Haben wir hier vorne noch unverschönet? So ein Palmenblatt? Algen. Was können wir denn mit Algen machen? Okay. Okay, Taschenlampe ist wieder durch. Gehen wir tatsächlich jetzt wirklich mal kurz diese ganzen kleinen Sackgassen rein. Okay, eine Frucht. Sonst nichts. Ich finde es cool, dass das Tagslicht so durchscheint. Aber es gibt immer so ein bisschen Hoffnung. Oh, den Kopf. Mittel des Midikets ist sehr cool. Dankeschön. Das hat sich gelohnt. So, 105 Meter. Wir gehen immer tiefer hier, ey. Oh, ein Selbstmörder. Oh, kann ich euch hier nicht irgendwie sammeln? Ich habe recht. Schade. Ich dachte tatsächlich, der Radius reicht vielleicht, um hier immer mit denen zu gehen, aber niente. So, darf ich dich mal kurz mit dem ersten Sturm? Dankeschön. Hier ist auf jeden Fall eine Werkbank. Das ist sehr cool. Ich kann nicht meine Sachen reparieren. Besenstiel. Ach, geht mal. Hier ist auch noch eine Anmaschine. Unglaublich. Das ist verfressen, denn. So, hat dann der Selbstmörder noch was. Lappen. Natürlich hat er noch Lappen dabei gehabt. Wunderbar. Was braucht man denn nicht? Schön hieß es. Oh, mittleres Medikit. Sehr, sehr cool. Und wir wollen mal schnell was reparieren. Einmal reparieren. Dankeschön. Messingschlag. Ne, sehr feste Sau. Hand, was ich hier ja bei mir habe. So, machen wir denn sonst noch irgendwas? Ne. Hm, ist auch nichts. Also, ich würde tatsächlich an dieser Stelle nicht so schreien. Lock doch die ernsten Penner alle an. Oh, warte mal. Was haben wir hier? Nehme ich den mit? Ich glaube, ich nehme den mit. Ich gasflasche. Komm mal hoch hin. Ich habe so Angst, jetzt irgendwelche Baupläne zu verpassen. Das wäre so schade. Aber ich will auch nicht so sinnlose Wege laufen. Oh, eine Kiste. Eine Kiste ist gut. Kiste nehme ich. Vielleicht ist das etwas inside. Aber doch nicht mit einem behinderten Stock, Alter. Was ist denn los mit euch, Leute? So, hier kann man dann was durchsuchen. Alge. Was können wir aus den Algen machen? Können wir vielleicht irgendwie Sprengsätze oder was machen? Ich weiß nicht. Oder Medizin? Irgendwelche Tränke. Ähnliches. Oh, okay. Hätten wir auch damit machen können. Man weiß es halt vorher nicht. Man weiß es halt vorher nicht. So, okay. Aber ihr habt... Wo macht die ganzen Körperteile? Das ist so... Es ist so verdammt makaber, dieses Spiel. Aber macht uns so viel Spaß. So, okay. Da ist, glaube ich, nichts da drin. Gehen wir mal weiter runter. Alter, was ist los? Hier bitte nicht feststacken. So, weil ich mich immer fragen... Wie kann es sein, dass so viele Zombies in die Kanalisation kommen? Ich meine, grundsätzlich ist das ja nicht... Ist ja nicht begehbar, weil er nicht offen ist. Sei denn irgendwo so ein offener Gang oder irgendwas. Das kann natürlich sein, dass wir dann da rein wandern. Oder sie haben sich natürlich hierher geflohen. Oder geflüchtet und sind dann hier gestorben. Das ist natürlich auch möglich. Und wahrscheinlich... Ja, die wahrscheinlichste Variante. So, okay. Hier haben wir wieder etwas zum Reparieren. Werkbank. Wie sieht es aus? Nö, es ist noch eins entspannt. Muss jetzt noch nicht. Was haben wir hier? Oha, okay. Aha, interessant. Tja, na dann habe ich doch hier gleich was für dich. Da unten. Für deinen Kumpel. Oh, scheiße. Das war nicht so gut. Das war nicht so gut. So, warte mal. Ganz kurz, bevor wir da weiter runter flitzen. Hier vorne nochmal in die Ecke schauen. Oh, hier ist noch eine Kiste. Sehr gut. Schwacher Polizeiknüppel. Am Arsch, Alter. Einfach am Arsch. Wieso? Da hebt man vor Schreck die Taschenlampe aus. Vor Enttäuschung hebt man die Taschenlampe aus. Okay. Gut. Dann gehen wir jetzt hier runter. Schnappen wir uns noch einen anderen. So, Ice Cake. Bada bada boom. Okay. Okay. Koffer sind nicht so viele Untote in dem Rinnsaal drin. Okay, da sind schneller. Vielleicht provoziert den einfach. Er kommt da nicht hoch. Okay. Verstehe. Komme ich von hier hoch? Nee, komme ich auch nicht. Auch zu schnell. Ei, ei, ei. Vielleicht gehen wir auch einfach ganz leise hier durch. Und nur auf Einladung.